Herzlich willkommen, mein Name ist Barbara von den Driesch. Ich bin Wellness-Trainerin und Dozentin an den Paracelsus-Schulen. Ich möchte Ihnen heute das Seminar ganzheitliche Rückenschule und Rückentraining vorstellen. In diesem Seminar geht es um Rückentraining und Rückenschule, um die Volkskrankheit Nummer 1, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Hexenschüsse und so weiter zu vermeiden. Sie lernen alle wichtigen Punkte für einen gesunden Rücken kennen. Mobilisation, Stärkung des Rückens, Entspannung sind als wichtige Punkte zu nennen. Wie organisiert sich eine gesunde Wirbelsäule gegen die Schwerkraft? Dies alles erfahren Sie in diesem Kurs anhand von wichtigen Übungen. Für einen gesunden Rücken ist wichtig, die innerste Muskulatur zu stärken. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie rückenfreundliches Verhalten durch Übungen an Ihre Kursteilnehmer, aber genauso an sich selbst vermitteln, wie Sie Ihre Rückengesundheit erhalten. Dieses Seminar richtet sich an Kursleiter, die gerne auch das Thema Rücken und Rückentraining in Ihre Kurse mit einbauen möchten und auch an alle Menschen, die selbst etwas für ihren Rücken, für ihre Rückengesundheit tun möchten. Ich bin Präsidentin des Fachverbandes Wellness, Beauty und Gesundheit und unterrichte schon seit über zehn Jahren verschiedene Bewegungsmethoden an den Paracelsoschulen und an verschiedenen Fitnesseinrichtungen. Ich unterrichte Rückentraining und Body Bliss und Body Mind Fitness und würde mich freuen, wenn Sie auch an einem meiner Kurse teilnehmen würden.